KSL.nrw KSL.nrw Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Regierungsbezirk Münster Wofür kann ich das persönliche Budget nutzen? Wenn Sie sich für das persönliche Budget entscheiden, können Sie das Geld für ganz unterschiedliche Hilfen verwenden. Bezahlt werden alle Leistungen der Förderung, der Betreuung, der Beteiligung, der Assistenz und Pflege, die Sie als Mensch mit Behinderung brauchen. Dazu gehören Hilfen im Haushalt, Hilfen zur Pflege, berufliche Ausbildung, Arbeitsassistenz, aber auch Fahrtkosten, Begleitung bei Freizeitaktivitäten, gesundheitliche Maßnahmen zur Wiedereingliederung. 2020 mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds und des Europäischen Sozialfonds